Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Information über das Gewinnspiel. Morgen Abend um Punkt 19 Uhr, um Punkt 7 startet das Gewinnspiel. Das bedeutet, um ungefähr Viertel vor sieben solltet ihr euch alle in World of Tanks befinden und entweder mich anschreiben über eure World of Tanks, in-game sozusagen, bitte einmal, so dass wir uns eventuell auf in-game Sprache oder auf einen TS einigen, weil ich ja mit allen sprechen möchte, aber dann während des Videos, was ich dann drehe, also während ich das Genspiel mache, in einen anderen Channel gehe. Ich habe einen Community TS, der wird jetzt bald ein Trailer rauskommen, das kommt noch, muss ich noch basteln. Ich habe einen eigenen TS sozusagen und da werde ich meine Moderatoren, einmal der wird der Paul dabei sein, und ein paar andere, die schon die IP haben, werden auf dem TS sein. Es sind leider nur elf Slots, das bedeutet, die anderen müssen sich ein bisschen aufteilen. Deswegen werde ich mit meinem Moderator Paul902016 in einem Extra-Channel sein und über den Sprachschild in-game reden, also müsstet ihr auch da vielleicht wahrscheinlich anmachen. Oder wir finden einen TS, wo wir alle rauf können und auch ungestört sind, bitte. Das ist ganz wichtig, weil sonst, ja. Sonst mache ich das einfach über in-game Sprachaktivierung. Aber dann möchte ich bitte auch, dass die Leute, die da mitmachen, bitte nicht dazwischen quatschen. Vielen, vielen Dank. Genau, ähm, ja, also morgen, 19 Uhr, bitte, äh, bitte eine Viertelstunde früher, also um 18.45 Uhr, bitte auf TS Online, oder beziehungsweise auf World of Tanks Online sein, mich anschreiben. Und dann ist alles gut, genau. Ja, nur, wenn ihr Bescheid wisst, ähm, dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag. Und bis morgen zum Gewinnspiel und habt's gut und tschüss.